In den letzten Monaten richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Ereignisse in der Ukraine. Tausende Menschen trafen sich auf dem Platz der Unabhängigkeit in der Hauptstadt Kiew, dem sogenannten Maidan, und auch in vielen anderen Städten zu friedlichen Protesten und Kundgebungen. Unter ihnen sind Vertreter aller Gesellschaftsschichten, Arbeiter, Angestellte, Beamte und auch Intellektuelle. Die Menschen protestieren gegen die Korruption und soziale Ungerechtigkeit. Obwohl diese Proteste in der Ukraine selbst unterschiedlich bewertet werden, nutzen christliche Gemeinden die aktuelle Lage, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit der sozialen und politischen Krise auf den Weg der Erlösung durch Jesus Christus hinzuweisen. Sie erklären den Menschen, dass Jesus allein das wahre geistliche Oberhaupt ist und dass er die Menschen und auch die Lage eines Landes verändern kann und will. Dank der Unterstützung des christlichen Hilfs- und Missionswerkes Friedensbote hatten die Jugendlichen der christlichen Gemeinde Auferstehung die Möglichkeit, mehrere hundert neue Testamente, Johannes-Evangelien und andere christliche Broschüren in ukrainischer und russischer Sprache zu verteilen. Viele Menschen verlassen ihre hektische Alltagsarbeit und kommen zu den Protesten. Das gibt den Christen die Möglichkeit, mit ihnen über Gott und das ewige Leben zu sprechen. Oft war es für die Menschen das erste Mal, dass sie über ihre persönliche Beziehung mit Gott nachdachten. Es wurde ein Gebetszelt aufgestellt, in dem jeden Tag für die Ukraine gebetet wurde und jeder eine Antwort auf die ihn interessierenden Glaubensfragen bekommen konnte. Für die ukrainischen Christen sind die heutigen politischen Wirren eine besondere Zeit der Verkündigung. Hier können sie ihre Mitbürger daran erinnern, dass Jesus Christus allein der Geber ewiger Gesetze ist. Schließlich kann Gott allein nicht nur das Schicksal eines jeden Einzelnen von uns, sondern auch die eines ganzen Landes verändern und eine Zukunft geben. Gott segne die Ukraine und alle, die jede Gelegenheit wahrnehmen, damit die frohe Botschaft des Evangeliums die Herzen der Menschen erreicht. Wir bitten Sie, in diesen für die Ukraine unruhigen Tagen im Gebet für das Land, seine Regierung und das gesamte ukrainische Volk einzustehen.